moin moin und hallo heute möchte ich euch gerne einen erfahrungsbericht mitteilen über den staubsaugerroboter honitor q6 pro mit 3000 pascal saugleistung mit automatischer absaugstation die auch wirklich super funktioniert das ist cool dieser staubsauger den ihr seht der ist jetzt fast ein jahr bei mir am rumpesen und hat schon über 9545 quadratmeter gereinigt das heißt wir sind auf fast 10.000 quadratmeter angelangt er hat 223 mal die reinigungskufe geschwungen und hat dabei fast 10.000 minuten in der reinigung selber verbracht 9717 minuten ist die gesamtzeit meines staubsaugers zu hause und ich muss euch sagen ich habe viele staubsauger schon in den letzten jahren durchgehabt viele sind alle auch wieder weggeschwommen durch die flutkatastrophe aber dieser hier ist ein besonderer warum er hat einen lidar scanner er hat sogar wischfunktion er ist sogar tierhaar geeignet und kann über teppiche fahren mit alexa und app-steuerung die app-steuerung ist phänomenal finde ich wir können durch oder dank des lidar scanners der in dieser maschine integriert ist kann er in sekundenschnelle den raum abscannen und wird ihn euch als map also sprich als karte in der app dann auch zur verfügung stellen ihr könnt dann in der app entscheiden wo er und vor allen dingen wann er oder sie saugen soll das funktioniert wunderbar wie ihr seht er fährt seine strecke ab und das smart jeder platz nahezu jeder platz wird angesaugt und abgeballert und wenn ihr wollt auch abgewischt denn dieses gerät kann beides wischen und saugen saugen oder und wischen in diesem einem jahr der benutzung habe ich erst ein einziges mal die 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 den beutel tauschen müssen welcher sich in der absaugstation selber befindet sehr hygienisch ist dies auch denn man muss ihn nur herausziehen schließen im prinzip weg schmeißen und dann den neuen einsetzen ganz einfach intuitiv bedienbar der staubsauger selber hat eine angenehme stimme und redet auch mit uns wenn irgendetwas man nicht stimmen sollte von den fast zehntausend quadratmetern die er jetzt geballert hat und über 200 mal gefahren ist er bis jetzt nur acht mal liegen geblieben acht bis zehn mal musste ich ihn sozusagen wieder auf kurs bringen das finde ich ist ein sehr guter wert für einen staubroboter der auch wischen kann dieses teil ist bis jetzt der beste staubsauger den ich bei mir hier haben durfte der q6 pro saugroboter verfügt über einen elektronisch gesteuerten wassertank der gleichzeitig reinigen und wischen kann es gibt vier reinigungsmittel darunter auch automatische reinigung selektive reinigung fleckenreinigung und kantenreinigung wir können es wirklich für alle große flächen benutzen es ist sehr einfach im setup selber wir scannen dann eine den qr-code ein des gerätes verbinden sie dann mit der besagten app und können dann mit der honey smart app uns dort ganz einfach und effizient durch bewegen und dann eine einen reinigungsplan erstellen dieser besagte absaug einheit des staubsaugers der stationär irgendwo in der ecke gestellt wird bei euch für fast einen drei liter müllsack der bis zu 30 tage staub und schmutz aufnehmen kann was der hersteller sagt ich sage es ist viel länger durchzuhalten denn ihr habt schon gerade gehört ich habe das gerät fast ein jahr jetzt es ist schon über 200 mal benutzt worden es ist schon mindestens 10 fast 10.000 stunden oder 10.000 minuten gefahren und es hat schon fast 10.000 quadratmeter gereinigt und ich musste erst einmal den drei liter müllsack aus wechseln das heißt jetzt bei mir seine große fläche bei mir fährt er jede nacht ich habe programmiert dass er um vier uhr das erledigt das heißt der normale homo sapiens sapiens ist am schlafen am ruhen und hier der roboter macht seinen job im haus und war gut er ist vernünftig gereinigt wird die die fläche unserer böden wir haben vinyl böden überall wir haben etwas parkett dazwischen und wir haben auch auf der strecke wo er sich bewegt auch zwei teppiche liegen das heißt da bekommt er alles sehr gut hin er versteht auch über größere kanten zu fahren dort ist nämlich auch eine große kante mit auf dem gebiet kein problem er schafft es jede nacht wieder und er kann auch über die teppiche mit bravour fahren wenn er auf die teppiche trifft erhöht er sogar die saugleistung um dann dort auch eine vernünfte vernünftige reinigung durch zu ziehen der besagte staubsauger roboter von honi tour q6 pro mit 3000 pascal saugleistung mit einer automatischen absaugstation und roboter staubsaugung im wlan mit wischfunktion für tierhaare und teppiche mit alexa sparsteuerung und der erbsteuerung in weiß hat mich absolut überzeugt er ist und bleibt bis jetzt der beste staubsauger den ich hier verwenden durfte ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und wohin bekommt in der beschreibung zun zun